Unter uns, Vorschau, Donnerstag, 23. Februar 2023 Folge 7065 Tobias misstraut Viviens Mutter total. Cecilia findet Theos Liebesbrief. Tobias bekommt den Eindruck, dass Viviens Mutter nur an ihr Geld will. Mit seiner Unterstellung manövriert er sich selbst ins Aus. Inspiriert von Corinna formuliert Theo seine Gefühle für Cecilia in einem Liebesbrief, der ausgerechnet vor Cecilias Füßen landet. Bambi rekrutiert seine Freunde für einen gemeinsamen Ausflug. Als dieser sich als Survival-Trip entpuppt, versuchen alle abzuspringen. Nur einer schafft es nicht. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020